Hallo Freunde, ich habe mir 1000 Wunderkerzen bestellt und möchte diese heute zünden, aber nicht einfach so, sondern mit einem Samsung Galaxy S7 obendrauf, um rauszufinden, was mit einem Smartphone passieren würde, falls sein Akku explodieren würde. Schaut mal, wie viel Arbeit ich hier vor mir habe, aber momentan bin ich noch sehr, sehr motiviert. Ich habe meinen Laser mit und teste mal, ob ich mit dem Laser die Wunderkerzen überhaupt anzünden kann. Es quallen. Ja, kein Problem für meinen Laser. Und diese 1000 Wunderkerzen werde ich ebenfalls mit dem Laser zünden. Freunde, es dauerte mindestens eine Viertelstunde, dass ich die Wunderkerzen auspackte. Ich habe nicht ganz 1000 reingepackt, ungefähr 900 Wunderkerzen sind drin. Ich hoffe, ihr schätzt diese viele Arbeit und gebt mir ein Like dafür. Hier ist das Smartphone. Ich habe es gekauft und bin schockiert, dass es kein ewiges Akku hat, sondern es irgendwann mal leer ist. Und was soll ich damit, wenn das Akku leer geht? Deshalb nutzen wir es für unser Experiment heute. Die Verarbeitung und die Qualität ist einfach klasse. Freunde, ich bitte euch nicht sowas zu schreiben wie, das Smartphone konnte man in Afrika noch essen. Ich habe das Teil ziemlich günstig geschossen und wenn ich sage, ziemlich günstig, dann war es ziemlich günstig. Ich würde sagen, lasst uns loslegen. Ich würde sagen, lasst uns loslegen. Ich würde sagen, lasst uns loslegen. Boah, ist das warm hier. Normalerweise brennen die Wunderkerzen länger, aber bei diesen Temperaturen sind die einfach geschmolzen in wenigen Sekunden. Da ist das Handy und es sieht eigentlich noch ziemlich gut aus. Vielleicht stelle ich es noch bei Ebay rein, als gebraucht mit kleinen Gebrauchspielen. Die Hülle ist noch erkennbar, aber das Innenleben ist komplett geschmolzen. Bei so heftigen Temperaturen ist es auch kein Wunder. Freunde, ich habe weitere Experimente mit Smartphones geplant und wollte euch fragen, ob es überhaupt euch interessiert. Vergiss nicht zu abonnieren. Wir sehen uns morgen. Ciao.